Dieser neuwertige Renault Kengo steht hier zum Verkauf. Zwei Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, ESP, Servolenkung, Traktionskontrolle, Airbag und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 75 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,9 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017